Mein Name ist Johanna Merkenschlager, ich habe an der Hochschule Wein-Stefan Management für erneuerbare Energien studiert und ich arbeite jetzt bei der Firma Enerpipe als Projektleiterin für Nahwärmenetze. Zu meinen Tätigkeitsbereichen gehört es, dass ich meine Kunden begleite von der Idee ein Nahwärmenetz umzusetzen bis hin, dass es dann auch wirklich in jedem Haus warm wird. Diese begleitende Phase kann sich teilweise auch über ein, zwei oder auch drei Jahre in einem Projekt hinwegziehen. Das Studium war inhaltlich wirklich eine sehr gute Mischung zwischen Theorie und Praxis, aus dem ich heute in meinem jetzigen Job noch profitiere. Ich habe mich damals für den Studiengang entschieden, weil ich die Welt ein Stückchen besser machen wollte. Das Studium hat mich perfekt auf meinen Job vorbereitet und ich mache wirklich Tag für Tag die Welt ein Stückchen besser. Bis zum nächsten Mal.